Wir spielen Resident Evil 4, meine Lieben, weiter geht's! Hey Leon! Hey meine Lieben, da sind wir wieder. Erstmal vielen Dank für eure Geduld. Ich denke, es geht jetzt wieder regelmäßig los. Letzte Woche war die Beerdigung von meinem Vater. Ich habe mich noch mal drei Tage ausgeruht und ja, ich denke, jetzt komme ich wieder klar im Kopf, weshalb der Leon jetzt auch wieder klarkommt. Okay, meine Lieben, ich habe mir die letzte Folge nicht angeguckt. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nicht, ich habe nichts und ich bin nichts. Weshalb wir jetzt erstmal gucken müssen, was überhaupt die Mission ist. So, was ist das hier? Verschlossene Schublade. Das wollen wir ja natürlich, das mögen wir. Wie kann das aber sein, dass da noch eine Schublade ist? Waren wir hier nicht überall schon? Leon, warst du hier nicht schon überall, sag mal? Ups, anscheinend waren wir hier nicht schon überall. Okay, aber schön. Ja, warum nicht? Taschenuhr. Was ist denn das? Ist das ein Schatz? Wir sind nämlich hier gerade noch beim Händler. Das würde ganz gut passen eigentlich. Eine antike Taschenuhr mit leicht gebrauchten Spuren lässt sich sicher verkaufen. 18 PTSA oder wie das man nennt. Wie auch immer. Wir gehen das mal verkaufen und gucken mal. Oder sammeln wir erstmal die Folge. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn? Was machen wir denn überhaupt? Jetzt müssen wir uns erstmal drauf konzentrieren, was wir machen. Ach, die Kiste haben wir jetzt hier. Hier haben wir. Da können wir anlegen, aber dann führt das auch alles hier zurück. Wir fahren erstmal hier hin und gucken uns mal den ganzen Spaß hier nochmal genauer an, ja? Und danach fahren wir mal hier hin und holen uns den Schlüssel für die Kirche. So, Leon. Kriegst du das hin? Ich zweifle oft an dir, aber meistens kriegst du das irgendwie hin nach 10 Mal sterben, wa? Oh, Leon, Leon. Kauf dir einen neuen Controller, damit du nicht immer drückst, wenn du gar nicht drücken willst. Okay, mein Lieber. Jetzt wird es wieder laut. Obacht. Oh, Mann. Das kann... Wie kann das? Guckt euch das mal an hier. Wow. Fahren wir überhaupt richtig? Ich hoffe. So, Leon. Äh, Obacht und Konzentration. Wir müssen einfach geradeaus. Kriegst du das hin? Einfach geradeaus. Und wir müssen natürlich noch, ähm, drauf achten, ob wir irgendwo, ähm... Fässer sind im Wasser. Hier, ich sehe, glaube ich, gar nichts. Nara, niente, nassi. Was ist das hier? Nee, das ist nichts. Okay, Leon. Kannst du hier irgendwo anlegen? Oh, 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 oh. Hoppala, hoppala. Okay, das ist, ähm... Das ist nicht so einfach. Leon, kannst du mal einen Tag irgendwie? Hier oder was? Da, guck mal, Leon. Jetzt sag ich. Okay, haben wir überhaupt Munition? Ich bin gar nicht auf dem Laufenden. Ja, naja. Na ja. So, laden wir mal nach, das gute Stück hier. Und dann wollen wir mal von hier nochmal gucken, was wir hier haben. Oh mein Gott, Spielspeichert, da haben wir schon den ersten. Bolzen ist echt nicht gut. Aber wir müssen uns damit langsam anfreunden mit dem Bolzen. Kannst du das mal aus deiner Hand legen? Danke. Okay, das waren jetzt vier Schüsse für den. Ich glaube, das ist okay, oder? Haben wir das... Drei Bolzen nochmal zurückbekommen. Waren wir hier überhaupt schon mal? Warum wären wir denn... Ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier schon mal waren. Oh, Leon. Hau auf, im falschen Moment nachzuladen. Das kann er am besten. Der Jute. Oh, war das geil. Habt ihr das gesehen? Okay, nicht getroffen. Da, okay, nicht getroffen. Der schießt halt ein bisschen verzögert, ne? Mag ich auch nicht so sehr, aber... Oh mein, Leon, komm, 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 komm. Noch ein Kopfschuss. Oh, komm, Leon. Ey, Leon. Oder warte mal, probieren wir hier aus. Wow. Okay. Leon, du musst ganz schnell auf die Schrot wechseln. Wow. Das war klar. Wow. Oh mein Gott, wir haben ihn voll zerstückelt, Leute. Oh mein Gott, ich liebe die Schrotflinte. Könnte ich mit der Schrotflinte kleine Babys machen? Dann würde ich es tun. Haben wir den zersprengt? Wow, Leon, ey. Ich träume nachts von dir. Und zwar, äh... Ne? Verstehen wir uns schon. Aber das lassen wir jetzt mal ins Thema. Kann ja sein, dass die Kinder zugucken. Aber bezweifle ich. So. Was ist das? Was ist das? Die gucken uns gleich erst mal... Guck mal, hier ist ein Bärenfaller ausgelöst. Wir waren hier schon. Ey, was ist das hier? Wow. Wow, hat es jemand von euch gewusst, dass das funktioniert? Woher kamen wir denn jetzt nochmal? Hier ist unser Boot, ne? Ja. Okay, jetzt nochmal Konzentration und hier alles mal ablaufen. Aha. Okay, wir waren hier auf jeden Fall zu 100 Millionen Prozent schon mal. Aber hier ist noch irgendwas. Was? Schatz. Okay, Leon, laufen wir erstmal hier links lang. Dann gucken wir mal, was da nochmal war. Wir müssen alles nochmal abchecken, Leute. Tut mir leid. Haben wir doch. Haben wir das nicht schon mal aufgemacht? Oder war das ein anderer? Aha. War anscheinend ein anderer. Perlenarmreif. Oh, Leon. Du wirst ja richtig schick hier, wenn man das anzieht. Woher hat das angezogen? Ein großer Perlenfall ist der Armreifen. Lässt sich sicher verkaufen. Super. 8.000 plus 12.000. In wie viel? Ich kann kein Mathe und ich werde es bestimmt auch nicht ausrechnen. Hehehe. Okay, der Händler wird uns später schon sagen, wie viel wir kriegen dafür, wa? Dem vertrauen wir einfach mal. Blind. Und meine Güte, die Katze auf einmal neben mir. Gott. Ähm, ich habe nicht mehr so viel Angst vor der Katze. Es liegt sich. Wir kommen mittlerweile gut klar. Okay, waren wir hier schon mal drin, ne? Hallo, waren wir hier schon mal drin, ne? Fette Katze. Die ist aber schon wieder dünn geworden. Du wirst nicht. Also ich habe schon, äh, Diät haben wir angefangen. Ich glaube, von 10 Kilo ist die jetzt ein Normalgewicht. Jetzt sieht die auch aus wie eine normale Katze. Vorher sah die nicht so aus wie eine normale Katze. Ja, wie eine fette Katze. Okay, ähm, hierfür haben wir nicht den Schlüssel. Das ist natürlich, ähm, bitter. Bitter wie Zitrone. Huch. Ich muss mich hier konzentrieren. Das ist ja traurig, wenn wir wirklich nur eine Sache einsammeln konnten. Oh, das sieht ja gruselig hier aus. Waren wir hier schon mal? Oder habe ich die Gegend dann gar nicht wahrgenommen? Einfach eine alte Puppe ist ja auch gruselig. Das Holz knarrt auch neben mir. Was ist das denn hier? Ah, das Foto kennen wir, oder? Huch. Ähm, wie dreht denn das? Ähm, keine Ahnung. Hallo, dreh mal. Okay. Hätte gern aber trotzdem den Schlüssel. Geht's hier lang weiter? Es ist echt dunkel alles hier. Ah, da ging's runter. Ich weiß noch gar nicht mehr. Au, 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 au. Ach, mein Bein juckt gerade. Sorry, Leute. Was ist das jetzt? Schatz, wir müssen runter. Boah, Leon, kauf dir endlich einen neuen Controller, Alter. Damit du mich nicht so erschreckst, wenn du losrennen willst. Ach, ich und die linken Sticks. Das funktioniert nie. Es wird auch nie funktionieren. Mit Kontrollern und mir. Leon. So, obachten. Irgendwo ist hier ein Schatz? Okay, konzentrier dich mal, weil irgendwo ist hier ein Schatz. Oh mein Gott, wir müssen lesen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten. Besonders Don Cuoto hat es ihn angetan. Er ist noch klein, aber für seinen Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesen Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich dem Wolf direkt durch den Kopf geschossen habe. Doch er sprang mich an. Ich habe es zurück in die Hütte geschafft, aber meine Wunden schwillt an und färbt sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungs zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und in meinem Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich Gott, beschütze mich. Bla bla bla, interessiert mal wieder gar keinen. Oh mein Gott, haben wir das alles liegen gelassen oder ist das erst jetzt gekommen? Bin mir da nicht so sicher, weil wenn wir das alles liegen gelassen haben, dann frage ich mich, was wir hier machen. Lässt sich sicher verkaufen. Okay, das höre ich immer gerne. Wie sieht es denn jetzt aber hier aus? Das kriegen wir auf jeden Fall nicht auf. Aber jetzt haben wir hier ein bisschen schöner alles gemacht. Und ich vermute, hier hinten geht es irgendwie weiter, weil hier sind ja auch noch so Sachen, aber die Wege sind alle gar nicht mehr da. Warum? Okay, ich würde sagen, wir schwimmen jetzt zurück und holen uns den Schlüssel für die Kirche und erwarten dort einen Riesenmassaker, denke ich mal. So, hoch da mit dir. Leon! Du Juta! Wow, Leon, 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 Leon. Entweder, du... Leon, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du reparierst den alten Controller, den wir erst neu gekauft haben, oder... Du kaufst einfach einen neuen Leon, damit du nicht immer zu Hause, wenn wir losrennen wollen. Danke. Wo kommen wir denn hier raus, ey? Ich bin voll verwirrt jetzt hier. Ach, da haben wir den Schlüssel nicht, ne? Schade. Oh, okay, Leon, dann... Kommen die hier auch zurück? Ist das überhaupt hier der Zurückweg? Ich glaube schon, ne? Ah, ja. Aber wie weit kommen die zurück? Leon nicht, bitte! So, wohin laufen wir denn? Dann sind wir wahrscheinlich hier wieder, ne? Ich laufe jetzt mal. Öp, 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 Leon. Sind wir da auch schon mal dran vorbeigelaufen? Ey, wirklich, auf euch ist gar kein Verlass. Man muss alles doppelt ablaufen. Alles. Ihr seid schlimm, seid ihr. Hä? Ah, hier kommt man nicht weiter. Ist hier irgendwas eingestürzt hinter uns? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ne, da durfte eigentlich... Das eigentlich hätten wir da... Nun gut, nun gut. Ich wollte da eh nicht lang, Leon. Ich wollte da nicht lang. Ich wollte eh wieder zurück. So. Denn, äh, jetzt mal... Wo ist unser Boot? Da hinten irgendwo. Wir müssen hier wieder durch, Leon. Kriegst du das hin, irgendwie ein bisschen schneller auch zu laufen? Oder eher nicht? Ist hier unser... Ne, ne, ne. Noch eins weiter. Hallo, Boot. Wo bist du denn, Boot? Da. Da haben wir es. Okay, Leon. Dann... Schwimm mal wieder zurück, bitte. Das wäre hilfreich. So, so, so. Wartet mal. Ich muss immer, immer Karte gucken. Okay, immer Karte gucken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt fahren wir hier. Wie kommen wir denn hier... Hier legen wir an. Okay, Leon. Geradeaus. Tsch, 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 tsch. Ach, nee, wir sind ja kein Zug. Sorry, Leon, du bist kein Zug. Hör auf, Zuggeräusche zu machen. Hier nicht weiter, ein Stückchen weiter links. Nee, das müsste es eigentlich sein, oder? Guck mal nochmal. Ja, Leon, Mensch. Wenn wir dich nicht hätten, oder? Dann hätten wir wahrscheinlich Jillijill und wären glücklicher. Okay. Hier. Ist das der Anlegestrand? Immer? Ja. Leon. Danke. Direkt Waffe raus. Genau. Und da wir nie wissen, was kommt, müssen wir immer schön gut aufpassen. Hallo? Aha. Macht Spaß, wenn man schon überall war. So, okay, warte mal. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen jetzt... Was hier holen? Warum haben wir das vorher nicht geholt? Weil ich wahrscheinlich Angst hatte, dass das Spiel weitergeht, ne? Müssen wir hier leise sein? Sind hier irgendwelche Leute? Hallo? Irgendwelche Leute? Oh Gott. Hm, sieht das alles gruselig aus. Ach so. Ach, wartet mal. Doch, wartet mal. Wir haben die Köpfe. Wir müssen die Köpfe da reinsetzen. Ich habe es nicht... Ich habe es jetzt gerade. Hat es Klick gemacht und der andere habe ich es... Wow. Wow. Ich habe begeistert. Ja. Ja, voilà. Jetzt haben wir den Schlüssel für die Kirche. Okay, ähm... Baby Eagle? Oh, okay. Oh, okay. Ach, meine Güte. Oh, mein Gott. Farte aktualisiert und zu Kirche gehen. Das Problem ist jetzt, da werden uns alle umbringen wollen einfach nur. Und die werden uns einfach nur umbringen wollen. Ohne Gnade. Wir müssen nochmal zum Händler. Wir müssen nochmal zum Händler. Okay, wir gehen jetzt, fahren da mal lang. Mein Gott, hol mal lieber die Schrotschlitte raus, weil ich gehe davon aus, dass das Spiel jetzt hier auch nochmal neue Zombies hingesetzt hat. Weil das Spiel ist ja einfach Macht hinter sich. Nochmal Zombies hinsetzen. Okay. Leon? Woher müssen wir? Zum Händler. Also eigentlich nur rechts rüber. Wir haben so viele Schätze gefunden, da brauchen wir jetzt auch... Wow. Oh. Das hat er geschafft. Ich dachte, wir hätten vorbeigefahren. Okay, Leon. Jetzt mal zum Händler. Und dann... Vielleicht nochmal die Waffen ausrüsten. Ich weiß nicht. Sei leise. Willkommen. Ich hab nur die feinste Warte im Angebot. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Okay. Im Grab bringt dir dein ganzer... Ein Hervorrat. 31 nehm ich. 31 nehm ich. Okay. Wir machen... Wir machen die hier erstmal fertig. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance... Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Okay. Ähm. Weil wenn wir die hier verkaufen, kriegen wir alles, was wir hier investiert haben, wieder zurück. Das ist also nicht so schlimm, dass wir hier investieren. Okay? Deine Waffen sind in guten Händen. Wir haben zwei Waffen... Hier, wie du es haben wolltest. Bitte sehr leise. Danke. Wir haben zwei Waffen komplett fertig. Das ist sehr gut. Die nächste sollten wir die hier machen. Und zwar erstmal die Angriffskraft hoch. Weil das ist ja lächerlich. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Ränder. Warte, kann man da irgendwo was zahlen? Ne, jetzt ist es ähm... Jetzt sind wir bankrott. Wäre das dann alles? Ja, wäre alles. Danke, Kumpel. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da landest. Das ist so anstrengend, wenn ihr die ganze Zeit wie so eine Dauerschleife quatscht. Ich weiß, wie es euch geht mit mir. Es tut mir leid. Okay, aber ich werde auch nicht damit aufhören. Der Händler hört nicht auf damit und ich auch nicht. So, ihr seht schon, wo ich hin möchte. Vielleicht machen wir das bis zum Ende der Folge. Wer weiß das schon so genau. Okay. Wir gehen, ähm... Unsere Sucht befriedigen. Ich will nämlich noch... Oh mein Gott, hier wird man auch dauerhaft gestrahlt. Ey, bitte quatsch mich nicht voll. Wir machen erstmal mit der Pistole, weil wir haben wir jetzt erstmal fertig ausgerüstet. Okay, wir versuchen erstmal wieder reinzukommen, ne? Wir versuchen erstmal reinzukommen. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott, mein Finger hat gezuckt. Okay, wir können... Mein Finger hat gezuckt, sorry, Leute. Warte mal, kann man auch, ähm... Boah, das war... Verdammt, da hast du nicht gerechnet. Verdammt, oh nee, ey. Ich bin so gut. Nach, nach. Ich will nicht nachladen. Hör auf, nach zu laden. Okay, nee, das Ding ist, wir haben schon verpackt. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Oh mein Gott, ich hab ihn getroffen. Ach, okay. Aber, ähm... Nicht so schnell. Ah, nein, 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 nein. Oh, haben wir die zwei noch geschafft? Ich weiß es nicht. Ich bin hierher. Waren wir besser wie sonst? Ich glaube nicht. Zerstörte Ziele. Nee, wir haben nichts geschafft. Okay, wir gehen jetzt mal... Guck mal, hier kann man auch die SG-9, äh... Die Waffe... Ich will lieber die untere Waffe, nicht die kleine. Okay, mindestens... Wir müssen hier... Ja, jetzt hab ich die kleine Waffe. Das könnte funktionieren. Drei, zwei, eins, flieg los. Wow, ist das normal so schnell? Boah, ist das hier los? Ich treff mich. Boah, Junge, Junge. Boah, nein. Boah, jetzt muss er nachladen, wo ich abgedrückt hab grad. Oh, dahinter steht noch einer. Den Bauch treff ich. Ah, schieß doch nicht da neben, Junge. Okay. Nachladen, Leon. Das müssen wir nochmal machen. Ich bin grottenschlecht. Äh, äh, ich seh keinen, ich seh keinen, Leute. Vorragender Schuss. Boah, Kopfschuss, oder? Kannst du mal da von den Leuten wegkommen? Uh, schlecht, 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 schlecht. Das war very schlecht. Unser Spiel ist vorbei. Neuer Highscore. Okay, Leute. Neuer Highscore. Damit können wir, ähm... Sehr schön. Puh, ist okay. Neuer Highscore. Okay, wie werden das war jetzt? Ich hab Lust drauf. Ein Gewehr rollt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas wünschen. Ja, Quatsch, mach nicht voll. Okay, jetzt mit der... Mit der hier bin ich echt beschissen. Drei, zwei, eins. Leg los. Doppelkill. Ne, ich will... Achso, ich kann ja auch nach links und rechts laufen. Ich bin so dummer. Ich weiß halt nicht, wo... Muss ich nicht bei dem Roten? Über dem Roten sein oder unter dem Roten? Hä? Wie muss der hier zielen? Oh mein Gott, ich hasse diese Waffe so sehr. Ich bin voll über... Ich weiß nicht, halt mit dem Roten oder was? Ne, will ich jetzt nicht nachhören. Muss das... Rote bei... Ich weiß nicht, wo der Zielpunkt ist. Unter dem Roten anscheinend. Ne, mit der Waffe versuchen wir nie wieder irgendwas. Ne, 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 ne. Das macht ja gar keinen Sinn hier, ey. Kannst du mal die Geisel reinholen lassen? Ja, es ist nicht unter dem... Man zielt da drunter. Okay. Die Waffe macht es wirklich gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, ich weiß. Okay, wollen wir nochmal? Ich will nochmal. Viele verschwinden nach einer gewissen Zeit. Pass auf, dass du zu schnickern. Wir müssen A in Perfektion schaffen. 1, 2, 1. Leg los. Konzentration, Leute. Konzentration. Dein Künstler-Faktor. Hervorragender Schuss. Nachladen. Ich kann nicht reden. Ich bin konzentriert, Leute. Ich bin... Oh, fuck. Konzentriert. Oh, no, 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 no. Schlimm, 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 schlimm. Haben wir? Nein, Leon, 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 du verkackst alles wieder. Leon, du verkackst alles wieder. So geht das. Unser Spiel ist vorbei. Neuer Eisbrot. Toll, aber das Ding ist ja nicht so verkackt. Er hat ja nicht verkackt. Ist das, wie ich meine? Wir haben dich unterschätzt, Papa. Leon, Leon, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Kann man... Irgendwas stimmt nicht. Kann man den Controller schneller machen? Das wird daran liegen. Bestimmt. Steuerung. Was heißt das denn hier immer alles? Ich weiß sogar gar nicht. Ah, maximale Geschwindigkeit der Zielhilfe. Haben wir aus. Wir haben keine Zielhilfe. Wir sind Profis. Fadenkreuzverlangsamung. Ne, danke. Wir wollen eigentlich schneller machen. Kann man nicht schneller machen? Ich bin dumm. Ich weiß gar nicht, wie man es schneller macht. Kamera vielleicht? Wahrscheinlich die Anzeige. Oder warte mal. Normale Gameplay beim Zielen. Was denn? Ah, hier, guck mal. Maximale Kamerageschwindigkeit. Controller. Beim Zielen? Ja, schneller auf jeden Fall. Danke. Wir machen mal Mitte. Kamerabeschleunigung. Controller beim Zielen. Bitte schneller. Okay, ähm. Ich glaube, das ist besser, oder? Weil ich war bereit zum Zielen, aber er denkt sich so, oh mein Gott, langsam hier in Zeitlupe. Und jetzt denke ich mir so, oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Vielleicht wird es jetzt was. Wir laden erstmal die Waffen voll auf. Quatsch mich nicht ständig voll. Oh, jetzt gut, glaube ich. Jetzt gut. Oh mein Gott. Zu schnell, zu schnell. Oh mein Gott. Zu viel, zu schnell. Ich muss mich erst an... Jo, mir wird schlecht, Leute. Ich muss mich erst an eine Schnelle gewöhnen. Wusste ich nicht. Lass dir zeigen, Kumpel. Lass dir zeigen. Wir haben ja hier... Oh mein Gott. Das ist zu schnell. Da würden wir ja... Da würden wir ja... Schlecht... Lachen, lachen. Das haben wir ja... Das haben wir... Besser hinbekommen schon mal. Leon. Yo, yo. Leon, 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 Leon. Nicht verkacken hier. Schafft er wieder nicht, weil er nachladen will. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Typen, Alter. Aber wieder neue Eis, Gokki. Wäre besser. Du hast ja richtig Talent, mein Freund. Mann, ey. Das ist echt schwierig. Schade, dann brauchen wir noch zwei. Das ist voll schwierig. Und ich kann halt gar nicht zielen. Mann, ey. Ich muss noch mal versuchen. Was... Irgendwann irgendwie hapert es noch. Okay, obacht, 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 Leute. Jetzt aber. Nachlachen, Leon. Der fahrt sich auch immer nach oben. Oh, den haben wir eben besser getroffen. Nein, nein, nein. Viel zu spät. Schade. Oh mein Gott, das wird nicht mehr. Das wird nicht mehr. Wir müssen abwarten, bis der vorbei ist. Und dann den und dann da. Bam, bam, baff. Wir müssen aufhören, weil ich mag das wirklich, wirklich wütend, dass ich das nicht hinkriege. Und da ich nicht möchte, dass Leon, ähm... Ich muss auch mal kommen. Stirbt. Lassen wir das jetzt erstmal. Oh Gott, hab ich abgezogen in mir. Okay, ähm... So. Haben wir. Hast du hier gesehen? Haben wir, ja? Ja. Du hast den Geruch des Kampfes an dir... Willst du mir sagen, ich stinke? Ja, in der Tat, ich wollte noch nicht duschen heute. Ups. Warte mal, was haben wir denn hier nochmal? Achso, den haben wir doch eben reingelegt, oder nicht? Das ist der Schlüssel. Achso, jetzt wollen wir erstmal nochmal nach Munition gucken, was wir hier herstellen können. Wollen wir nicht. Wo haben wir denn die anderen drei Stück? Damit können wir gar nichts machen. Na dann, gente, nothing. Okay, mein Lieben, dann. Das haben wir nicht. Schiefstand, ja. Dann müssen wir hier wieder. Oh, ich hab Böderchen, sorry, Leute. Müssen wir hier wieder zurück? Ich geh davon aus, meine Lieben. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Wir speichern jetzt hier ab und dann rennen wir nächste Folge direkt hierher und dann sehen wir, was passiert. Okay, meine Lieben. Das Video hier kommt am Montag. Heute ist Sonntag. Das heißt, Montag kommt ein Video. Ich nehm aber jetzt auch die nächsten aus. Also, wenn ihr am Montag ein Video seht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass am Dienstag auch eins kommt. Also, seid dann bei. Und abonnieren nicht vergessen. Okay, meine Lieben? So. Ich speichere ab für uns. Ihr klickt aufs nächste Video. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.